So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Jetzt geht's los mit meinem Let's Play vom Singleplayer von Battlefield 4. Simultan gibt's dazu wahrscheinlich auch noch einige Videos zum Multiplayer, aber ich fange jetzt erstmal mit dem Singleplayer an und dann starten wir das Ganze mal im Modus Normal. Ich hoffe, das geht jetzt von der Aufnahme so, weil irgendwie bohrt hier irgendjemand im Haus in die Wand und das macht dann manchmal... oder irgendwie so. Naja, dürfte aber eigentlich gehen. Ja, Battlefield 4. Ich hab's jetzt einen Tag früher, leider nur einen Tag früher. Ich hätt gerne euch das noch früher gezeigt. Och nö, das ist schon wieder Musik, ey. Oh ja. Okay. Yay. Schließen. Kann ich das einstellen? So, Audio. Kann ich nur so einstellen. Okay. Sehr, sehr schade. So hab ich das ja alles sonst weit eingepasst. Naja. Das ist, ähm, Moritz Bleibtreu. Es hört man sofort. Das war gerade echt ne klasse Verreistung. Es ist auf das Ende. Mach das Licht an. Was? Nein. Jetzt nicht. Für den Singleplayer brauch ich kein Update. Nichts. Du bist ein Mist, sagst du. Irish. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist Panik. Red mich so, aber du jagst mir ne scheiß Angst ein. Pack, hilf mir den Sitz zu überlegen. Wir singen weiter. Scheiße. Wir holen dich da raus dann. Hörst du? Niemand. Die Tür klemmfest. Scheiße. Das ist nicht alles anders als geplant, Irish. Decker. Nimm meine Waffe. Was soll das fest? Sie gehört jetzt dir. Was zum Hacker soll das? Wer mit dem Wolf überleben kann, muss er sich das eigene Bein abbeißen. Schieß. Nein, tust nicht. Los, Wacker. Zerchieß das Wacker. Das ist ein Befehl. Lass dich heißer sein, Wacker. Rettet euch. Okay. Raus hier. Wollstet, Mann. Hörst du mich? Und BOOM. Ist das denn so offen? Okay. Kurze Zeit vorher. Yo, das bin ich. Wo geht's lang? Ich seh nix. Habe ich sowas wie Tag Light? Ne. Ah, ducken. Dann komm ich durch. Sehr schön. Irgendwie sind die Schritte viel zu schnell für das, was der läuft. Ach, halt X. Ist okay. Ist okay. lassen. Verdammt Tracker, ich hätte dir fast ins Gesicht geschossen. Wo sind die anderen? Entspann dich, Pack. Wozu, Henker, warst du? Als die Übergabe schief ging, kam ich direkt hierher. Es waren Russen, oder? Speck Ops, eine Sekunde sind sie da, und der nächste wieder weg. Rief durchatmen, Mann. Hast du die Intel? Ja, ja, hab ich. Sehr gut. Scheiße, ist schon hell draußen. Wir müssen zum Abholpunkt. Weiß einer, wo Irish ist? Ich dachte, er wäre bei dir. Ich spreche die Funkstelle. Tombstone 3, hier, Tombstone Actual, wo bist du? Tombstone Actual. Komm aus Richtung Norden. Hier wird's brenzlig. Benessiger Feuerschutz, für meinen Rundschuh. Wir sind da. Rackert los jetzt, mach die Fahne. Gebt ihr mir Deckung? Wir geben Irish Deckung. In der Kiste ist Munition. Kiste? Ah, hier. Okay, kann ich da andere Waffen auswählen? Ne, die sind nicht verfügbar. Scar Age. Sekundär. Okay. Okay. Feuer einstellen! Eins, kommt aus! Lass mich auf, lass mich auf, lass mich auf Ruhe! Wecke! Weine in den Fenster gegenüber! Riegel! Lass mich festgenagelt! Lass mich auf! alter warum kriegst du hier punkte links habe ich ein aiming fick dich nein komm komm schnell so warum habe ich keine zusatzwaffe das ist voll für den arsch ja mann warum ist er nicht tot wo ist er jetzt bin ich doch tot scheiße mann ich will auch meine sekundärwaffe wechseln verdammte scheiße das geht aber irgendwie nicht mit y und was sind warum sind das jetzt so lange ladezeiten ok wo habe ich ein aiming alter das 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 ist das Ok, mach mal krach. Geht alle in Deckung! Sieht schon cool aus. Ah, ok. Ähm, Mörser? Oder ist das... Ich bin jetzt echt hilfreich. So, Sekundärwaffe. Ist das jetzt endlich ausgewählt? Ah, cool. Oh, scheiße. Fein Gott, hab ich ein Aiming, ey. Einmal und... Nein. Zweimal und... Naja, egal. Nochmal schnell Muni auffüllen. Oh, dann... Richtung Fein... Ja. Die sind ja relativ weit hinten. Sieht aber schon geil aus, ey. Ich gebe Feuerschutz. Einfach die Ziele benennen. Geil. 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 Okay, warte auf die Ziele. So, kommt nur her. Einmal. Wo ist der? Scheiße, komm Nochmal, und wo ist der? Da? Nein, den hab ich nicht Das gibt's doch nicht So, jetzt nochmal das Vielleicht ein bisschen zu hoch Bäm, geht doch Halt, warte mal, da ist ne Muni-Kiste Vielleicht kann ich da ein bisschen Nein, leider nicht Einmal Achso Boah, hab ich ein Scheiß-Aiming, ey Gibt's denn das? Wie war das nochmal? Äh Mann Ich treffe einfach nicht Wow Fick dich Fick dich Fick dich So, wo sind denn hier noch welche Okay, gib uns die Ziele Die beiden hätte ich, aber... Ey, Gott, die kann man nicht mit... Ich bräuchte ein größeres Visier Ey, Fick dich Ich treffe einfach nicht Cool Fick dich Ja, ich bin jetzt Die beiden Alter, ich muss noch mal in die Steuerung Ja So, Steuerung Irgendwie, warte mal, wie war das? Granate Aber wie kann ich noch mal Okay Ja, das ist das Visier So, jetzt ist Ende Aber ich verstehe trotzdem noch nicht die Wie kann ich noch mal Das habe ich vorher nicht ganz gewusst Meine Empfindlichkeit auf 30 hoch Ich hoffe, das ist ein bisschen besser Jopp Ich weiß jetzt echt nicht mehr, was die Taste Aber leider So Nope Dann doch hier lang So Oh, hier kann ich irgendwas Wie kann ich die denn modifizieren? Eigentlich geht das doch immer mit X Okay, Rotflinte habe ich freigeschalten Aber Ich finde die Scharfschützenknarre immer noch geil Alter Alter Alter, ich hänge hier Jetzt hat der den abgeknallt So, was habe ich denn hier jetzt eigentlich? Hallo Meine Güte Ach, da habe ich jetzt eine andere Ah, okay Dann nehme ich die mal, genau Einfach mal ausprobieren Ey, ich mache hier gar keine Hitmarker Weg damit, weg damit, weg damit Irgendwo muss da noch einer sein Aber wo? Hier oben? Scheint so Alter, ist ja noch einer Oh, Gott, 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 Gott Okay, regeneriert sich wenigstens schnell Meine Fresse Ah, der trifft mich Komm nur raus Stirb Ist denn da oben noch? Oh What the fuck? Oh, scheiße Jetzt ist die Deckung weg So, weg mit dem Ah, so geht das Okay Einmal Boah, ich habe so einen Kack-Aim, ey Oh, verpiss dich Ey, die hat viel zu wenig Schuss Eindeutig, ey Aber die macht mir leider viel zu wenig Schaden und hat eine schlechte Reichweite Sieht ja schon ganz schön aus, alles Also, mal schauen, wie dann die One-Version ist Klar, kommt es an die PC-Version nicht ran, aber trotzdem So, wo, 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 wo? Die Ecken, Jungs Das ist der beste Weg nach oben Das ist der schnellste Keine Zeit für Erkundungstouren Warte, bis du die Aussicht gesehen hast Ah, das ist ja geil Cool Geht das hier auch? Nein Nein Ja, das ist random Oder was heißt random Das ist halt vorgefertigt dafür Und Ja, ich kann den gar nicht kaputt machen Tja Hätte ich da stehen bleiben sollen bei denen Oder was hätte ich tun sollen? Ist so ein bisschen doof, dass es nicht gezeigt wird Aber wir versuchen es einfach nochmal Komm schon Ich muss der oberste Stock sein Boah, schaffe ich das? Oh, fuck Scheiße, verdammt Bleib weg Boah, scheiße What the fuck Und down Und down Ich muss der oberste Stock weg Geht nicht Es legt fest Hörst du uns? Ich holte meinen Weckl raus Ah, mein Bein Oh, Mann Oh, Mann Was bist du wieder da? Hauptsache, Leute, wir holen dich hier raus Ja, treibst doch Nein, 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 ich weiß Anhalten Raus da, sofort raus da Fünf, zwei So, und hier hast du dann, oder? Alter Voll heftig Muss ich fahren Geile Tür Halt Das ist schon wieder diese Scheiße Fahrzeug Wann mal, wo war das? Ähm Nein So, jetzt Ah, ja, ich glaube, das Ja, genau, das ist so aus dem 17-minütigen Gameplay Das da schon vor längerer Zeit mal gezeigt wurde Oh, fuck Ich habe immer noch den Boost drin Nein, sehe ich nicht Tue ich, ja Alter, der trifft mich voll Alter, what the fuck Und, ah ja, genau, wir sind ja ins Wasser geflogen Und schon sind wir im Wasser Okay, jetzt habe ich eine Magnum, dürfte das sein Dann wurde Stunt Sergeant Danze etwas getötet, das wir bereits wissen Es gibt Aufstände auf den Straßen von Shanghai Das ist ganz cool, dass man Punkte kriegt, dem, äh, Singleplayer Das ist, ja, so, das spraut uns so ein bisschen mehr an, finde ich Okay, ab nach China Also das war jetzt schon eine richtig gute, bombastische Inszenierung Und ja, grafisch ist natürlich so, man muss sagen, auf der Konsole sieht es halt nicht so geil aus wie auf dem Rechner Aber ich spiele einfach wesentlich lieber an der Konsole Und deswegen ist das nicht so schlimm Battlefield ist immer noch einer der geilsten Oder am besten aussehendsten Spiele auf der Konsole